Umwelt ist ein Riesenthema und somit denke ich mir, was die Ressourcen anbelangt, könnte man doch vermehrt in diese Richtung gehen und das würde ich mir wünschen. Für mich kommt sie sehr sympathisch, sehr intelligent. Sehr sympathisch. Also gerade die Umweltpolitik und vor allem die Umweltpolitik. Und durch die Tochter bin ich eigentlich auf die Themen der Grünen. Interessiert es mich mehr oder weniger. Also eher diese Themen wie Homosexualität und so, wo sie Liberaler sind, die Grünen, also die Vorreiter mehr oder weniger sind. Für mich war auch sehr wichtig zu sehen, wie sehr den Menschen das Umweltthema ein Anliegen ist. Klimaschutz ist niemandem egal. Und viele hoffen, dass die Grünen im Nationalrat stark vertreten sind und dass dieses Thema wieder mehr Kraft bekommt.